Ich glaube, dass diese vier Säulen zu den meisten männlichen Wesen passen und alle Säulen sind auch gleichwertig. Genau, also die erste Säule zum Jagen, damit meine ich im Wesentlichen zwei Dinge. Und zwar das eine, dass man unbedingt eine körperliche Komponente braucht im Leben, egal wie. Das kann Boxen sein, das kann Spazieren sein, egal. Dann der zweite Aspekt bei der Säule ist, eine Passion zu haben und der auch nachzugehen. Also, dass man Dinge findet, die einem Spaß machen und diese dann aber auch lebt.